und damit hallo zu einer neuen folge heute ich bin acht mal ein bisschen hier ein beet gemacht ich habe keine samen aber so wie so langsam ach so weil ich damit wir endlich mal ein bisschen was anpflanzen können ich würde sagen das machen wir hier ist es ja glaube ich egal völlig wurscht wo man das macht und das ding mal hier in die ecke kürze setzen halt hier hin und wenn ich dann die dingsbums gedöns gelötsamen habe damit arbeiten holz kloppen aufgestiegen gut wir gucken mal dass wir ein bisschen herbekommen und lud aus haben wir genug platz die haben wir bei mir sollten wir sollten auch irgendwann mal gucken dass wir das wasser da soll die vergrabenen vorräte ja dann machen wir das doch so ich habe nicht genug gläse dabei die kann ich mir nämlich alle an dem wasser an der wasserstelle irgendwie auffüllen und dann kann ich dingens wasser abkochen schon schwer nichts drin die können wir gerade nur kurz reparieren nitrit ja das brauchen wir auch und vor allem brauchen auch noch wie v das fleisch dann können wir nicht noch mehr dings machen hier noch mehr bete es ist nicht sehr effektiv mit der steinhacke aber ist aber das sieht man hier hier aussehen dass du uns in unter dem herz dann hat leider auch klappt kurzigkeit war von der gewohnheit kc gedrückt und die maus gedreht das sind natürlich nichts ich habe hier ganz neuen knüppel nur für sie gut ganz hinten latscht einer so gibt es hier genug musste glaube ich mal irgendwie vorher noch mal in bergbau oder irgendwas machen damit ich ein bisschen mehr raus bekomme ja jetzt will ich mal schaufeln oh, ja da schaufeln hast du erst mitgenommen nn, nein, hab ich nicht supi so weiter letzten mal ziemlich viel glück warten nur wasser das können wir ring machen damit ich weiß ob ich ungefähr richtig bin ja da da komme ich hier wieder hoch gerade so immer die beiden so eine kante weg wieder mal warten müssen ausdauer 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 kann ich schon mal die schaufel reparieren ja ich komme raus die tieren angewählt und die ganzen spaß und jetzt müssen wir besuch kriegen ja guten tag ein bisschen ausruhen und sie hier ja das hier ruhe da zappelt noch einer hinten ein bisschen verschwendung ist jetzt sind wir schon mal ich glaube 35 so was habe ich 70 für den dinger das passt erst mal immer noch verstaucht habe ich hunger brauche ich presser gleich zwei dosen guten tag guten tag ach ja gut dass sie da sind würde mich über gott sprechen tatsächliche geräusche ein bisschen laut so als als fluchtwege würde ich mal sagen die rückseite vom okay dann gehe ich wieder raus dass die rückseite vom ding shop und vom waffen shop hier und kann empfangen ja doch gut nehmen wir ein beliebiges anderes haus wir brauchen loot 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 die sind ja engagiert hier kommt ihr freiwillig oder gut neben eingang rein hier da sind sie ja sie meine ich hallo ja jemand ja guck an hallo wahrscheinlich krach ich wieder wie durch den boden durch hier ich sehe schon kommt finden eine hier das bringt mir eben auch nicht so viel Den brauche ich erst später bei den Arzneisachen. Ach, oh, da schläft sie. Ja. Ach, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Der Herr, der Herr des Hauses. Wie lebt er noch? Okay. Au. Gewischt. Und er macht Breakdance hier. Wow, drei Wasser. Ach stimmt, ich wollte Wasser holen. Das ist ja hier, das ist ja Loot. Hier nochmal 10 Nitrat. Das kann ich auch selber kloppen. Ach, ähm. Ach, irgendwelchen Farben. Nehmen wir alles mit. Plastik. Der 150 Millionen ist der Topf. So, noch mehr leere Gläser. Retro-Kühlschwanz. Oh, drei Eier, immerhin. Ob die nur gut sind. Ja, der Keller ist immer gut. Hm. Wer war denn hier? Nein. Jemand von oben durchbrechen? Vielleicht. Gar nix. Gar nix. Kann man alles verkloppen? Mehr Wasser. Hm. Hm. Huah. Ist das so klar? Auch noch. moment bin gleich bei dir wenn er mit zu nehmen die nur infizieren würde glück gehabt mediziert worden die ist verschlossen aber die kriegen wir auf verrottet das fleisch so du wirst ein hervorragendes beet werden scheiß fähig ja nicht mal alles mit alles mit teilen ach ne blande was ja da sind nur teile drin und dämpfer reinklau großen vorschlaghammer ist uns aber alles wurscht wir sind nur furchtbar überladen oh gott da hinten weiß ich um die treppe guten tag guten tag das können wir nehmen das können wir schon mal nehmen können wir schon mal nehmen level drei knüppel habe ich ja eigentlich schon können wir auch nehmen melasse kaffee die können wir zumindest verkaufen oder irgendwie mal irgendwie wieder geld machen jucasamen ein tierfett wow wow ähm eine dämpfungs mod ändern machen wir diese dämpfungs mod ja was ist das hier noch die dämpfung machen wir da auch mal rein dann kann man nämlich hier erst auch nehmen mal gut da bin ich auch eingefallen ne ja da bin ich oben durchgekracht die dämpfung machen wir gehen da lang ich weiß nicht so ganz was dieser dungeon hier soll aber aber ah ja guck an äh äh okay dann bin ich halt hier soll mir auch recht sein ach ach Leute hast du dich immer immer alles gleich freikloppen musst hm 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 warte mal da oh bin ich voll so noch essen äh gut okay lass kurz hier nochmal reingehen müssen ach es hat echt Zeit dass ich ein Fahrrad kriege lauf schneller ich weiß der Rucksack ist schwer hm 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 Lass ich einfach mal kurz bleiben. Denn eigentlich haben wir noch genug große Wasserflaschen. Und Durst ist bisher nicht so der Grund hier. Guten Tag. Brauche ich aber Ausdauer. Nicht zu wenig, dann kommen wir mal ran. Der lebt ja immer noch. Gut. Ich kann das hier gerade nicht sehen, weil unten rechts das Google Drive Plugin hier meint ein Pop-Up über meine Anzeige zu legen. Lauf, 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 lauf. Ach Gott. So, dann soll ich das kurz erst einräumen. Bleh, okay. Also, vor allem das Fleisch. Da rein. Und das Glas packen wir da rein. Dann können wir das für Zielfernrohre benutzen. Dann packen wir noch alles für die andere Kiste. Nitrat. Gneesetz. Lehm brühe ich eigentlich so viel. Lasse Kaffee. Obwohl, der kommt in die Fresskiste. Ähm, was kommt da hoch? Kommt zum Wasser. Fresskiste. Dann wiegen wir kurz mal hier rein. Die Knochen können da rein. Und der Rest ist eigentlich alles hier rein. Butter Kiste. Guck mal hier nur die Eier rein. Und die Yuko-Horsamen. Pflanze ich jetzt nicht an. Ich brauche noch kein Yuko. Hier rein zum Wasser. Den Melasse Kaffee. Den. Bestimmt gleich wieder Hunger. Egal. Den Schämen packen wir da rein. Der Rest. Der Rest, der Rest, der Rest. La, la. La, 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 la. 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 Funktion. Eigentlich könnte ich werden. Was nehme ich mal alles mit? Weil ich glaube, das verkauft... Ja, die werde ich mal verkaufen. Ähm. Da rein. Und dann machen wir noch hier noch. Ich nehme noch einmal an den Kopftopf noch. So. Frei. Endlich. Ach, gut Tag. Sie hier. Der Zappel Philipp. Mach hoch, die Tür, die Tür, die Turm macht weit. Jetzt kommt die Lücke der Herrlichkeit. Du schämeierst. Hey. Ich habe mich geduscht, aber okay. Ich habe mich geduscht, aber okay. Ich habe mich geduscht, aber okay. Er ist immer noch nicht, wenn ich bin. Es ist okay. Ich habe mich geduscht. Aber okay. Ich glaube, das ist mehr geduscht. Ich bin jetzt mit dem Job. Ich bin glücklich. Das war's. Ich bin glücklich. Das ist jetzt mit dem Job. Ich bin glücklich. gesundheitsbalken okay wir haben hunger gesundheits fünf minuten krit heilung 200 prozent platz irgendwas die ganzen autos noch auszulegen jetzt mal hier die nächsten sachen machen gehen wir wieder mal ein haus rein und ein bisschen mein menschen mal schon mal ein rad mit dem rad kann ich glaube ich brauche sogar die gleichen räder die fürs fahrrad auch brauche lächerlich ist aber gut anrepariert werden wir uns mit zugang zu verschaffen machen sie den rest das ist nett von ihnen würde man was trinken also wir haben beide tot zeit kommt klar ein auf die okay gut ein bisschen gescheiten loot dann trinken wir was und essen was und dann sagen wir mal hallo was der hat jetzt nur sprit drin oder passen gas autoteile Das ist so eine Wasserreihungs-Mod. Durst ist nicht so mein Problem. Hm, hat jemand Haustier gehabt. Kommen wir schon wieder raus. Hier geht's. Guten Tag. Noch einen? Jetzt ist er aber sauer. Auf die Liss. Geiler Futterstapel. Wasser. Soll ich davon leben? Na gut. Gleich haben wir so schön den Kochtopf drin. Pfeile im Auskuss. Da ist mein Haushalt. Erbsen. Ist immer nicht so schlecht. Pfeilteine. Oder Kaffee. Auch. Tränke-Dingens. Oh, Mission. Ja, hallo. Hier sind auch Schränke. Das ist ja gut. Ja, das gibt noch mal ein paar Bohnen. Ne? Hä? Gut. Blei. Ich kann Wasser abkochen. Hat da auch noch einer? Ach. Guten Tag. Ich möchte sie ungern nerven. Ja. Legen sie sich ruhig wieder hin. Ich sag gerade, legen sie sich wieder hin. Mensch. Endlich mal ne Brille. Was haben wir denn hier? Eine Skibrille. Wirklichkeit plus 1. Mütze mit 12, 1. Das ist 4, 8. Ja gut. Der Hitze-Widerstand. Hm. 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 Na gut. Okay. Weiter. Hm. 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 Was ist das hier? Taschen. Äh. Doppeltaschen-Motze-Kleinung zu fertigen. Sofort. Gerne. Ich weiß auch noch nicht, warum ich meine Bürostühle aufheben kann. Ich blick's nicht. Aber warum ich denn drauf... Ich kann noch nicht mal drauf sitzen. Ich kann ihn ins Inventar... Ah. Ins Inventar packen, aber ich kann noch nicht mal drauf sitzen. Okay. Ich meine, ich kann ihn zu Leder verarbeiten. So gesehen könnte ich ihn aber mitten hin. Kann ich wegen ihm machen. Leder brauche. So. Also hier oben warm jetzt überall. Jetzt guckt man auch hier hinter das Ding hier. Schade. Da waren wir überall. Da waren wir auch überall. Überall. So im Keller? Werden uns runtergefallen. Kein Keller? Natürlich kein Keller. Gut. Und schon wieder drei. Guck mal an hier. Geht überladen. Oh. Mh. Mit fünf... Ah. Guten Tag. Aber irgendwie wieder Punkte begeben. Küchen. H- 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 Sagen. Ja, dann halt auf die Nuss. Ja gut, dann muss er auf dem Weg zurück noch was machen. Da ist ja gleich der Trailer Joe und wir wohnen ja auch gleich da hinten. Dann kann ich eigentlich gerade hier nochmal reinschauen. Gleich hier, wir machen uns eine eigene Tür. Oh, schon wieder eine halbe Stunde. Hey, hey, hey. Würde ich doch glatt sagen, machen wir eine Aufnahme-Häuschen. Dann sehen wir das Häuschen nämlich erst in der nächsten Folge.